die aber jetzt brauchst du auch noch Hilfe, na ganz toll jawohl mal nachladen hier oh fuck, Loot! Geld schnappst dir natürlich wieder das allerbeste weg das ist der richtige ah, warte, ich hab Shotgun Munition ja, komm ähm, da was ist das? hä, jetzt hab ich dir meine gegeben, entschuldigung Idiot komm doch mal her komm du her ja komm du halt, du willst doch was von mir los, gib mir meine Muni Penis, alter nee, den will ich nicht thanks for the help jetzt hab ich mich ja noch bei dir bedankt thanks for the help du sollst sie dich bedanken warte ja, ich dachte hier unten gibt's die Geheimnisse oh hast du die Mucke gehört? da ist was unten oh fuck du Idiot ah ah Hunde dieser Hund ist auch noch einer ich dachte hier unten gibt's die Geschenke nein die äh die, äh Treppenwege hast du gesehen, dass das da nicht weiter ging, oder? auch ne Sackgasse, man ja, deine Mutter ist auch ne Sackgasse nein nett warte, ich hab Muni komm mal her komm doch du du willst doch was kleiner Penis, alter warte, warte, warte warte go schön, dass du alles machst, was ich sage du kleiner Penis und oh komm 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 den drop ja, aber da muss man reinschießen, glaube ich meine Muni, lass dich doch, mein Gott Hauptsache sofort schnell einsammeln, ne? ja, aber du da kommen noch 10 Gegner, aber ich nehm erstmal das Geld Ja, stimmt Ja, genau, mach, was ich dir sage Brav, so ist brav Ja, so ist brav Oh, Mann, ey Trollkings Trollident Evil 5 Genau, Trollident Evil So, ah Oh, mein Gott Oh, mein Gott Alter, fliegen dir Rotzblasen Meine Muni, lass Meine Muni, meine Muni Ja, das hast du davon Alter Schnorrer Ja, der steht da bestimmt auch auf Schieß mal an Ja Ja Bin schon da Da, deine Muni Brav Meine Geld Meine Geld Oh, bist du zu schwach? Nein Die ist da Genau wie bei Resident Evil 4 Einfach mehrmals gegenknochen Irgendwann geht's da auf Warte mal, kann man die Lampe kaputt machen? Bei Resident Evil konnte man das Und dann war da ein Diamant drin Echt? Kein Punkt Rauf Das wahrscheinlich Da ist kein Punkt drauf Warte mal Jetzt können wir versuchen, uns gegenseitig zu heilen Ach nee, das wäre Verschwendung Wir haben nicht so viel Heilung, ne? Äh, ja Dann lassen wir das lieber So Ich laufe dir einfach mal blind hinterher In der Hoffnung, dass du das Richtige machst Ja Oh, da ist einer Da hinten Da hinten Was macht der denn da? Ich hoffe, der ging irgendwas Ne, der läuft und regt sich auf Hier ist Heilung Warte mal, komm mal her Lass mal heilen Versuchen So Wenn ich das jetzt richtig Ja Ja Klappt auf jeden Fall Hier, Früchte Nichts drin, schade Sonst was? Ne Erstmal hier looten Ah, Maschinengewehrmunition Sehr gut Ah Wie du wieder alles wegnimmst Ganz locker Alles für uns So, wo lang müssen wir denn jetzt? Da geht's nicht weiter Gute Frage Da müssen wir wahrscheinlich hier unten lang Kann man durchs Haus weiter? Nein Nö Hier vielleicht Wo ist der Typ hin? Hör doch vorhin, Typ Da hinten Wohin? Wohin? Woll die? Jetzt höre ich schon wieder Scheiß-Shotgun-Munition Lass ihn doch Wenn er eh schon wegrennt Verschwende doch nicht dein Ammo Ja, bestimmt zu so einem Riesen-Boss Ja, bestimmt Warte, ich hab Muni für dich Ähm Du bist gut bestückt Ja, ich weiß Ja, ich weiß Ich hab schon seit Ewigkeiten keine Pistolen-Muni Stimmt Kann auch sein, dass sich der Loot den getragenen Waffen anpasst Ja, aber du hast so eine Pistole dabei, oder? Ja, aber wir haben die ja nicht Ich hab die ja nicht in der Hand Ich nehm die mal in die Hand Ach nee, das bringt nichts Ich hab da keine Muni für So, der Nach der Karte müssen wir hier rein Scheiße, bin ich schon Ah, okay Da oben glitzert ein Schlüssel Wo? Oben Wo denn? Ah, da Ja, dann schießt an Ja, ich tue gerade untersuchen Untersuchen? Pistolen-Muni Oh, Hafenschlüssel aufgehoben Ja, ich Oh, was hast du getan? Was hast du getan? Ich hab nur den Schlüssel aufgehoben Und ein Quick-Time-Event wohl gestartet Super gemacht Oh Ähm, von überall Ja, wahrscheinlich Belagerungszustand Du bist das Fenster hier in die Tür Ja Also bei mir Alter, die stehen hier wieder auf Oh Das ist so ein Fenster Warte, ich werf die Granate auf ihn Oh Gott Oh Gott Oh, die kommt zurück, Alter Aber sehr gut Alter Gut, dass man die Granate hier besser werfen kann als bei Daisy Oh, der Fettsack Der haut mich hoch Alter, was ein Brock Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Ich hab noch einen Muni, aber Ja, Pistolen-Muni hab ich Nicht viel hinter dir, Mann, hinter dir Hinter dir, hinter dir Hinter dir, hinter dir Ah 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 Arbeite der den mit dem Messer, Alter? Jawohl Was für ein Held Maschinengewehr-Munition Ja, ich sag doch, Munition wird knapp, ne? Gehen wir mal raus hier Ja Okay, hier kommen wir nicht raus Du hast so gesagt, mehrmals und dann geht's Wieso geht das hier nicht? Weil das von vorne abgeschlossen ist Das Schloss ist vorne dran wahrscheinlich Dann klappt das nicht Ich renne mir einfach mal hinterher Boah, wie ich dachte, dass das eine Einsammelblume ist Oh, da oben, Alter Wo? Oh, Gott, oh, Gott Nein Oh, fuck Penis Raus Ich hab keine Muni mehr Shotgun Müssen wir da zu dem blauen Symbol? Wahrscheinlich, ne? Ach, da können wir bestimmt mit den Schlüssel Ja Okay Oh, da war es Da steht er Ha, weggemessert Ich hab Shotgun-Munni Okay Wo gehst du, ist da Ah Alles meins Nein, ich bin voll, Alter Das ist ne Brandgranate Warte, ich nehm mit Danke Okay Müssen wir hier landen Wahrscheinlich Ja, sieht so aus Ah, da hinten, warte Gut, dann ist die Leiter auch echt ziemlich einfach hoch Mit meinem Mega-Bizeps Was ist da? Hä? No Ich dachte, er ist abgestürzt Eigentlich schon, ne? Das ist erzählt's nur für Bullshit Der hat das nen Anderer Da hinten ist einer Wow Gott, Alter Da ballert einer mit, auf uns mit, irgendwie, irgendwas Bösen Was ist jetzt hier? Da fliegt wieder einer Ohhhhhhhhhhhhhh Shit Oh mein Gott Wir ballen einfach da, kippen einfach runter oder so Ja, der Hubschrauber Aber warum schießt er auf uns? Boah, der schmeißt Äxte Oh Gott, Alter Der Heli soll aufhören, uns anzugreifen Oh, ich hab keine Muni mehr, find ich schon Ich hab auch keine Noch Ein bisschen Pistolen-Muni noch Die Muni, die jetzt hier liegt, die brauch ich Da ist Shotgun-Muni Sehr gut Da oben, da oben Ja, aber der gehört doch zu uns Nein, da macht einen dann Zombie Ach da, ich dachte der Heli Den hab ich schon weggeschossen Meins Oh, da kommt schon die nächste Scheiße Oh, nee Oh, da ist er Wow Die ist ein scheiß Heli Der soll auffällen, wir machen das schon Mein Bild wackelt dann immer so bei dir auf Ja Oh Fuck, der verwandelt sich Oh Scheiße Bastardvieh So, haben wir's? Ja Was ist das denn für eine Muni da? Gewehrmunition Gewehr? Nice Wahrscheinlich, vielleicht ist das hier, äh, Sniper Meinst du? Oder ein Heavy Machine Gun Wir haben, na, weiß ich nicht Juhu Eine Sniper Hast du die? Alter Verdammt Die nächste tolle Waffe, die wir finden, ist meine Ja Ja Da ist Shotgun Munition Komm rein Alter So ein fetter Koffer Also du willst echt Sniper sein? Ja Mir ist sowieso nicht so gut eigentlich Okay Warte mal, ich kombiniere mal eben meine Krauts hier Krauts? Meine Krauts Wir sind doch Krauts Das ist ein Spitzname für Deutsche Ja, wollte ich grad sagen Wir sind Krauts Die Krauts sind Krauts Kann ich die Waffe schnell wechseln, die ich irgendwie am Rücken hab? Ähm Gute Frage Probier mal gerade ein bisschen durch Ich weiß es nicht Hä? Jetzt hab ich die Pistole in der Hand Du kannst es anscheinend Ich mit meinem Kontroller kannst nicht Ich will über die Sniper Ja, ich mach das schon Mach mal keinen Stress hier Das ist so penetrant, ne? Los, 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 los Man fühlt sich dann richtig Ähm Egal Blöd Oh, wo sind wir denn hier? Direkt alles erkunden Oder schreit schon einer? Hinter dir Ach, Hallöchen Soll ich mal Snipern? Jetzt hört auf Was lustig ist auch Meine Meine Keime Oh Das sind Spielerinnen Also Stürmer Stürmer Spielerstürmer, ja, genau Labe ich für den Bullshit heute Wo hast du die Einrichtung hier kaputt? Ich schieße sie lieber in den Arsch